Heute schauen wir uns Zahlen, Daten und Fakten an zur aktuellen Vibi-Kapitulation. Außerdem ein ganz anderes Format als sonst. Wenn euch das Ganze gefällt, dann gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, starten wir direkt auch rein ins Video. Der Blackpink-Drop ist vorbei und es sind viele Erwartungen geplatzt, die viele Leute natürlich hatten an diese große Brand. Denn wir hatten es hier auch mit mehreren Millionen Followern zu tun, die die Influencerin bzw. die Blackpink-Group an sich erstmal hat. Wir haben unfassbar viel Marketing in alle Richtungen gesehen. Auf Instagram, auf YouTube, auf Twitter. Also eigentlich alles bespielt, was so geht. Aber dennoch sind die Zahlen einfach überhaupt nicht das, was viele Leute erwartet haben und was auch ich nicht erwartet habe. Ich habe mit deutlich besseren Zahlen gerechnet, als das, was wir eigentlich bekommen haben. Und ich würde sagen, dazu schauen wir uns auch direkt mal die Zahlen an. Denn die sind relativ klar. Wir hatten jetzt hier insgesamt in diesen letzten 30 Tagen gerade mal zwei Peaks. Insgesamt 50 neue Leute, die mindestens ein Collectable gekauft haben. Das sind nicht die Leute, die sich insgesamt bei der Vibi-App angemeldet haben und einfach mal reinschauen wollten. Das ist ganz, ganz wichtig hier auch zu trennen, wie viele Sign-Ups insgesamt generiert wurden. Das heißt, wie viele Leute sich bei der Vibi-App insgesamt erstmal angemeldet haben, kein Collectable gekauft haben. Das können wir an dieser Stelle nicht sehen. Und das muss man auch ganz klar betonen. Das ist halt etwas, was man häufig auch mal unterschätzen kann. Denn es melden sich häufig viele Leute bei irgendwas an. Aber ob sie es dann wirklich nutzen oder auch zum Beispiel kaufen, zum Beispiel bei Vibi jetzt ein Collectable, das ist dann halt nochmal was anderes. Und wir haben es ja auch gesehen, beim MCP gab es einige Verschiebungen. Das heißt, das könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass wir dort auf jeden Fall einige tausend neue User mit reinbekommen haben. Laut Dr. Profit und seinen Insights sollen es wohl über 10.000 neue User gewesen sein, die auch in der Waitlist waren. Aber dann halt warum auch immer nicht gekauft haben. Wir können an dieser Stelle natürlich uns über die Gründe streiten, was das jetzt genau war. Ob es das Drop-System war, ob es insgesamt dieses gesamte Crafting-Ding war, was eigentlich ziemlich kompliziert auch war, das kann man jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Das ist einfach Vivis Sache. Das müssen sie jetzt für sich herausfinden, was da schiefgelaufen ist und warum diese Leute dann im Endeffekt nicht gekauft haben. Darum soll es jetzt aber auch gar nicht gehen, sondern um natürlich auch insgesamt die momentane Lage bei Vivi. Wir hatten jetzt hier in den letzten sieben Tagen einen Durchschnitt von 1.625 aktiven Wallets, was natürlich schon deutlich, deutlich schlechter ist, als wir das in den vorherigen Monaten und auch Jahren gesehen haben. Wir hatten natürlich aber auch hier schon auch deutlich schlechtere Wochen, wo wir nur 1.000 aktive Wallets hatten, was man auch ganz klar hier sagen muss. Das sind alles nur die Online-Blockchain-Transaktionen. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Collectible kauft, dann wird er dort auch nur als aktiver User an dem Tag gezählt. Daher muss man sagen, ist das jetzt gar nicht mal so ein schlechter Durchschnitt, wenn man überlegt. 1.000 Leute haben an diesem Tag etwas gekauft und es waren natürlich auch viele Leute darüber hinaus in der App online, haben vielleicht Augmented Reality genutzt und so weiter und so fort. Also das darf man hier an dieser Stelle auch nicht aus dem Blick verlieren. Natürlich sind aber hier auch die Zahlen jetzt nichts, womit man sich zufrieden geben kann. Was man meiner Meinung nach aber definitiv nicht aus den Augen verlieren darf, ist zum Beispiel der Fakt, dass Vivi in den letzten drei Monaten knapp 6 Millionen US-Dollar an Gems Sales alleine hatte, was insgesamt 0,066% mehr war sozusagen als in den drei Monaten davor. Unter anderem hatten wir insgesamt 12.000 aktive Wallets in den letzten drei Monaten. Wir hatten über 346.000 Minz und insgesamt knapp 600.000 Transaktionen. Und hier muss man auch nochmal ganz klar sagen, Vivi und auch Disney bzw. jeder Lizenzgeber verdient an jeder Transaktion mit. Und Vivi immer 2,5% und Disney eigentlich auch standardmäßig 6% und auch andere Lizenzgeber überwiegend 6%. Das heißt, jeder kann sich jetzt mal hier so ein bisschen ausrechnen, wie viel eigentlich 2,5% von diesen knapp 600.000 Transaktionen sind, wenn man einen gewissen Durchschnittswert nimmt. Da kommt man auf jeden Fall auch schon auf einen gewissen Wert, der auf jeden Fall nicht schlecht ist. Und dadurch hat Vivi auf jeden Fall hier auch nochmal zusätzliche Einnahmen, beziehungsweise auch die Lizenzgeber, die natürlich hier auch ihre Einnahmen neben den Gem Sales bekommen. Das sind prinzipiell für mich persönlich erstmal keine schlechten Daten und zeigt auf jeden Fall, ist auf jeden Fall auch einiges in Bewegung bei Vivi. Aber natürlich sind diese Zahlen hier von den neuen Usern absolut nicht zufriedenstellend und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass Vivi dort intern definitiv gucken wird, woran es gelegen hat und es beim nächsten Mal hoffentlich besser machen kann. Ich denke mal, es ist aber auch überwiegend tatsächlich die allgemeine Lage im Markt. Wir sind es insgesamt im NFT-Markt, der ist komplett down, der geht momentan ziemlich wenig und der Weg natürlich, die NFTs jetzt bei Vivi als Digital Collectible zu verkaufen, ist natürlich auch ein neuer Weg. Aber die meisten Leute haben jetzt wenigstens schon mal durch diese Blackpink-Sache davon gehört und das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Fakt, dass die Leute natürlich da natürlich auch ein bisschen Vertrauen bekommen bei dieser ganzen Sache, durch diese Musik bzw. über Blackpink und auch die Lizenzgeber und daher auf jeden Fall erstmal eine sehr positive Sache an sich. Natürlich aber die Zahlen hier sind einfach faktisch gesehen negativ und das ist nicht das, was ich und auch viele andere mir davon erhofft haben. Und darunter hat jetzt natürlich auch Vivi selbst zu leiden. In den letzten Tagen haben wir ziemlich viele Leute gesehen, die entweder abverkauft haben, komplett aus der App gegangen sind oder ja, auf Twitter es ganz schön losgetreten haben. Man sieht es hier zum Beispiel auch an der guten alten Partner-Stagio in den letzten sieben Tagen allein um 10% gefallen. Wir sind bei einem wirklichen Rekord-Tee von 1300 Dollar, was wirklich eigentlich fast schon unglaublich ist vom Preis her. Wir haben unterschiedlichste Sachen, die so extrem abgestürzt sind, wie zum Beispiel der Superman hier für momentan 203 Dollar. Also da muss man wirklich sagen, da sind viele Collectibles momentan auf dem Markt, die wirklich extrem unter Wert verkauft werden, meiner Meinung nach jedenfalls. Und es ist natürlich momentan eine interessante Zeit, wenn man lange gewartet hat, sich Collectibles zu holen, weil diese einfach sehr, sehr teuer waren, wie zum Beispiel den Tod oder den Partner-Stagio. Dann kann man jetzt natürlich einkaufen. Ich persönlich denke nicht, dass Vivi untergehen wird, nur weil sie mit Blackpink nicht geschafft haben. Das wird meiner Meinung nach eigentlich nicht passieren. Ich denke, Vivi denkt da auch ein bisschen größer, als jetzt nur diesen Blackpink-Job. Von daher, es wird damit auch das nicht gewesen sein. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und von daher bin ich weiterhin eigentlich ziemlich optimistisch. Man sollte natürlich darauf achten, dass man immer nur das Geld investiert, was man auch wirklich verlieren kann. Denn ich sehe persönlich momentan eine Menge, Menge Emotionen hier im Markt und Panik auch unter den Leuten, die sagen, okay, jetzt geht es wirklich auf Null. Und das ist meiner Meinung nach eine absolute Kapitulationsstimmung, die momentan herrscht. Natürlich kann die Seite recht haben, die sagen, hey, jetzt war es das im Prinzip für Vivi. Vivi wird auf jeden Fall sterben und das war es für immer. Das kann natürlich so sein. Okay, wir haben jetzt einfach momentan eine schlechte Phase. Blackpink ist nicht so gut gelaufen, wie es sich Leute erhofft haben. Und da muss man auch wirklich sagen, da muss Vivi definitiv daraus lernen und es für das nächste Mal besser machen. Dennoch bin ich weiterhin bullisch und setze tatsächlich dann eher auf einen längeren Horizont, auf fünf bis zehn Jahre, was von Anfang an eigentlich auch angedacht war. Und nicht dieses schnelle Flippen von zwei bis drei Jahren, wo ich dann hier irgendwie massive Profite machen möchte, sondern das Ganze langfristig zu sehen. Und daher bin ich hier auch relativ entspannt und kaufe gegebenenfalls, wenn ich etwas sehe, natürlich nach. Aber ich halte mich persönlich und da möchte ich auch ehrlich sein mit euch, momentan auch teilweise zurück. Aber einfach aus dem Grund, weil ich auch derzeit keine Liquidität habe, die ich hier natürlich auch in Vivi reinmachen kann. Das gilt so für Krypto, das gilt auch für andere Dinge so. Und daher vielleicht für den einen oder anderen, der vielleicht auch mal bei mir auf dem Wallet vorbeischaut und sagt dann, der kauft ja gar nicht, sagt ja, aber das ist irgendwie Kapitulationsstimmung. Das ist mir bewusst, aber deswegen möchte ich auch das mit euch hier so kommunizieren. Das ist ein Grund, warum ich momentan einfach keine Liquidität habe, die ich hier reingeben kann. Wenn ich sie hätte, würde ich sie definitiv mit reinmachen. Aber ja, was soll ich sagen? Wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Und ich investiere auch nur das, was ich auch wirklich verlieren kann und daher dann auch ein bisschen emotionsloser hier sein kann. Natürlich wäre es extrem schade, wenn Vivi hier down gehen würde. Ich glaube, da müssen wir uns alle nicht drüber streiten. Aber dennoch ist es meiner Meinung nach einfach nur eine absolute Kapitulationsstimmung, bevor wir dann mit dem Bitcoin Run und dem gesamten NFT Markt, beziehungsweise Altcoin Markt, der dann hoffentlich auch wieder mit anziehen wird, hier auch Vivi mitnehmen können mit coolen Brands, coolen Aktionen von Vivis Seite. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich werde euch natürlich hier weiterhin auf dem Laufenden halten, auf dem Kanal. Wenn euch solche Videos hier gefallen, würde es mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, im nächsten Livestream und bis dahin, euer Captain. Ciao, ciao.